Unser Prophet s.a.w. sagte, die Religion kam fremd, der Islam kam fremd. Was bedeutet fremd? Fremd bedeutet etwas Unbekanntes sein, etwas Ablehnen, etwas, was nicht dazugehört, etwas, vor dem man Angst hat, etwas, vor dem man einen großen Bogen macht. Im Großen und Ganzen heißt es einfach, etwas, was nicht dazugehört. Und als der Islam kam, kam er fremd, etwas, was nicht dazugehört unter den Menschen. Und so war das auch zur Zeit des Propheten s.a.w. mit seinen Gefährten, die den Islam annahmen. Sie waren Fremde unter ihren Familien, Bekannten, Freunde und Mitbewohner. Obwohl sie mit ihnen groß geworden sind, als sie den Islam annahmen, wurden sie zu Fremden. Nicht nur, dass man sie gemieden hat, nicht nur, dass sie nicht dazugehörten. Es kam sogar so weit, dass sie gejagt worden sind, geschlagen worden sind, gefoltert worden sind und dementsprechend auch umgebracht worden sind. Wir kennen die Geschichte von Amr bin Yasser, die erste Schahida, die erste Märtyrerin des Islams, war eine Frau, es war seine Mutter Sumeya und dann sein Vater Yasser. Mutter und Vater wurden vor den Augen vom Sohn umgebracht, auf eine Art und Weise, die einfach nur ekelhaft ist. Ein Beispiel. Die Mutter wurde bis zum Kopf begraben, so dass sie sich nicht bewegen kann, vor den Augen des Mannes und des Sohnes. Und sie konnten auch nichts machen. Und die Sahaber konnten auch nichts machen, weil sie wenige waren und weil sie Fremde waren. Weil die Religion kam fremd. Und die Mutter wurde begraben bis zum Kopf und sie wurde bespuckt und sie wurde mit Sand beworfen. Und sie wurde getreten und sie wurde geschlagen und sie wurde gefoltert und sie wurde beleidigt. Alles für Sohn, schön für deine Mutter. Du musst dir vorstellen, jemand foltert meinen Vater, zieht ihn, streckt ihn, sodass sein Körper kurz vorm Reißen ist. Jemand sperrt mich ein, schlägt mich. Aber jemand nimmt deine Mutter schwach. Deine Mama begrebt sie unter der Erde bis zum Kopf und du kannst nichts machen. Sie wird getreten und sie wird geboxt und sie wird geschlagen und du kannst nichts machen. Alles weil du la ilaha illallah. Muhammed, der Rasulullah, sagst mein Burak. Nicht, weil du irgendjemanden umgebracht hast, geschlagen hast, bestohlen hast. Nur weil du bezeugst, es gibt keinen Gott außer Allah. Das war ja nicht irgendwo in einem Geheimraum. Das wurde öffentlich gemacht. So, dass ganz Mekka zusehen konnte. Hier, sieh zu, das passiert mit den Fremden. Kleine Kinder haben sich lustig gemacht über die Mutter. Schäfer, nicht nur, dass seine Mutter blutig geschlagen hat, kleine Kinder schmeißen auch Sand auf den Kopf und so. So kam der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, vorbei. Man sah direkt in die Augen von Sumaya. Vielleicht hat er ein bisschen Schwäche in den Augen von Sumaya gesehen. Ist ja normal. Sie muss jetzt zusehen, wie ihr Mann gequältet hat. Sie muss jetzt zusehen, wie ihr Fleisch und Blut gequältet hat. Ihr Sohn, ihr einziger Sohn. Und sie muss jetzt als Mutter und Frau stark sein, damit ihr Mann und ihr Sohn nicht kaputt gehen daran. Plus hat sie vielleicht noch eigene Lebensangst. Was denkt ihr? Was hat der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, zu ihr gesagt? Sie bis zum Kopf eingebundet. Sie guckt nach oben, blutig. Geschlagen, kann vielleicht nicht mal richtig sehen, nicht klar denken, nichts. Sieht in die Augen vom Propheten, Sallallahu alaihi wa sallam. Und der Prophet, Sallallahu alaihi wa sallam, sieht in den Augen von Sumaya. Und sagt zu ihr, Isbir ya Sumaya. Isbir. Habt ihr Geduld. Für euch gibt es nichts anderes als Gender. Wie sagt ihr das? All der Leid, all der Schmerz vergessen. Als wäre nie was passiert. Nach diesen Sätzen hat sich Sumaya sogar lustig gemacht, über die, die sie gequält haben. Sie können nicht meine Frau quälen, nicht meine Frau schlagen. Hat sie Iman bekommen. So, dass sie sie umgebracht haben. Abu Bakr. Nicht nur, dass er die Dunja gegeben hat, er hat alles gegeben. Abu Bakr sagt sogar, Ya Rasulullah, ich hätte meine Mutter, meinen Vater und die Dunja für dich geopfert. Ein Beispiel. Heutzutage, du musst die Kinder hinterherrennen. Du musst sogar sagen, ich gebe dir gleich eine, komm jetzt endlich essen. Bei Abu Bakr sind die Kinder an ihn drangehangen. Die haben ihn angebettet, bitte gib uns zu essen. Und Abu Bakr sagte, nein, erst mal meine Mutter und mein Vater. Erst mal müssen sie essen, weil sie haben verschlafen, Mutter und Vater. Die haben verschlafen. Sind nicht pünktlich aufgestanden, er will seine Eltern nicht wecken. Und die Kinder hungrig, bitte gib uns was zu essen. Und er sagte, nein, erst Mutter und Vater. Nicht, weil er seine Mutter und seinen Vater mehr geliebt hat als seine Kinder, sondern weil er wusste, dass Allahs Wohlgefallen größer ist bei den Eltern. Das sind Fremde. Das sind Fremde. Sahaba. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, und die Religion wird wieder fremd gehen. Das heißt für uns, wir haben die Chance, ein Teil dieser Geschichte zu sein. Daraufhin sagte der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, So frohe Botschaft den Fremden. Frage an dich. Wer bist du? Zu wem gehörst du? Nein. Ich möchte nicht verletzend sein. Ich möchte nicht jemanden zu nahe treten. Ich möchte nicht beleidigend werden. Aber guck dir mal diese kaputten Muslime von heute an. Guck uns mal an. Die Spielhallen sind voll. Die Spielhallen werden gehalten und finanziert von dem Geld der Muslime. Auf der anderen Seite der Welt werden Muslime umgebracht. Nicht, weil sie irgendjemanden verletzt haben oder Unrecht getan haben, sondern weil sie sagen, La ilaha illallah. Werden umgebracht. Und auf dieser Seite lachen sie und fotografieren sich noch. Schwestern, es sind ihre Gehennägel wichtiger als ihre Gebetswaschung. Egal, hauptsache sie gut aus. Denn die Muslime anstatt die Reihen, wenigstens in Tarawah, wir sind im Ramadan, Schachro Ramadan, wenigstens, dass die Reihen in diesem Monat voll sind, voll, voll. So dass sie sagen, tut mir leid, kein Platz, ihr müsst draußen beten oder ihr müsst wieder nach Hause fahren. So dass man am nächsten Tag eine Stunde vorher da ist. Geh in der Zeit von Tarawah, geh in den Cafés, geh in den Cafés und guck. Zu wen gehörst du? Gehörst du zu den Fremden? Fatoubali Ghuraba? Gehörst du zu denjenigen, die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, in den Augen schauen würde und sagen würde, Isbir, hab geduld, für dich gibt es Paradies. Mein Bruder, Wallahi, du lebst nur einmal und du stirbst nur einmal. Es wird eine Zeit kommen, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, sagt, ein Zeichen der Stunde ist. Also stellt dir mal vor, wie verdorben die Menschheit sein wird. La ilaha illallah. Pass auf. Die Kaaba wird wieder mit Götzen umstellt. Hasbunallah wa na'am al-wakim. Und die Kaaba wird es wieder Götzen, Stab und Gim, die sie anbeten werden. Also du kannst dir vorstellen, wohin diese Gesellschaft, die wir sehen, auch Muslime, weil Kaaba ist ein Besitz der Muslime und die Muslime werden zulassen, dass es wieder Götzen gibt. Genau diese Personen, die du heutzutage siehst, die sich als islamisch verkaufen, Theologen verkaufen, Influencer verkaufen, alles im Namen des Islams. Genau diese Zeit wird kommen, wo genau diese Menschen zulassen werden, dass es Statuen wieder an der Kaaba gibt. Willst du zu ihnen gehören? Oder willst du ein Fremder sein? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, das allerletzte, was passieren wird, ein Mann will die Kaaba zerstören. Er wird zur Kaaba hinreisen, wird ein Hammer nehmen und will die Kaaba hauen und genau bevor er sie berührt, sagt Allah sallallahu alaihi wa sallam zu Israfil, Blase in Israfil, Puste in Israfil. Halas. Für diese Menschen gibt es nichts mehr. Und was passiert dann? Und es wird in Israfil geblasen und das ist der versprochene Tag. Und dann kommt der Tag, die Abrechtung. Dann wird gerichtet. Dann, mein Bruder, wird dir keiner mehr helfen können. Keiner. Ist dein Mutter, ist dein Vater, ist dein Freunde, keine. Ab da geht es nur um dich, deine Zähne, Allah und das Buch, was du mit dir getragen hast. Nicht mehr. Möge Allah uns ein gutes Ende geben.